Hallo und Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja wie man sehen kann, wir zocken mal wieder mit Ghostface, wie ich auch ihn sehr gerne nenne, Geister schnauze. Oh, den habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gezockt. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie der funktioniert. Oh, hier geht es ja wirklich nicht lang. Jetzt weiß ich auch, worum sie außen rum gelaufen ist. Weil es hier wirklich nicht lang ging. Okay, wir haben wieder keinen Geisterhacken, sehr schön. Nein, jetzt habe ich mich wieder verdrückt. Ach man. Ich habe mich wieder verdrückt. Ich verdrück mich jedes Mal bei Ghostface. Bei jedem kriege ich es immer recht gut. Hin und bloß bei Ghostface verdrück ich mich immer. Aber echt, bei ihm verdrück ich mich immer und immer wieder. Nein, ich war doch schon durch. Wie konnten die mich jetzt hier noch treffen? Ich bin schon durch gewesen, gellä. Das ist... Das war jetzt ein guter Witz. Hä? Hallo, Mrs. Taschenlampe bestimmt hinter mir, sage ich doch. Okay, nun hast du dir einen Hit eingefangen. Oh, wow. Sehr gut gezündet. Sehr schön, es hat im Neben gezündet. Sehr schön. Hat mir gefallen. Okay, da haben wir hier gleich einen Geisterhacken. Sehr schön. Den gleich mit. Bitteschön. Was? Sie hat doch gerade hier losgelassen. Mensch, das ist doof. Ach, das ist schon wieder sie. Ja, egal. Wir haben sie nur einmal. Wir sind nur einmal hinter ihr. Ich meine, wir rennen ja hier nicht direkt hinterher zum Tunnel. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Ja. Ja. Nein. Ja. Das war's für heute. 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 Hallo? So. So, weh. 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 Okay. So, weh. So, weh. So, weh. So. So, weh. So, weh. So, weh. So, du hast aber schon deinen Deadheart gezündet. Alter, hallo Ey, man muss wirklich immer dafür studiert haben, um die Dinger auszutreten Boah, ich kann wieder nicht ran Okay, so noch zwei Chants zu machen Du hast auch dein Dead Hard zu früh gezündet Das Ding dreht man auch gleich mal auf den Neupunkt Warum habe ich immer bei ihr so einen Rücken, wenn ich sie aufhebe? Du müsstest sogar trug sein, oder? Nein, doch noch nicht Scheiße Ah, verdammt Hätte ich das gewusst Ah, jetzt sind sie alle, wenn Dead und Hook Jetzt ist es egal, wer hängt, Dead und Hook Au, 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 wieso hast du das auf einmal jetzt so gut gezündet? Was ist los mit ihr? Okay Okay, wie gesagt Alle Dead und Hook Ist nur gerade mies, dass wir hier mitten am Ausgang Den Haken wegnehmen müssen, aber egal Oh, hallo, du bist ja auch noch verletzt, meine Bruder Ja, deck mich ruhig auf Ja, bin dir da hart im Nehmen Dann eben den Geisterhaken Okay, dann waren es nur noch zwei Ich komme halt wirklich weiter nicht so zum Starken, wie ich es gerne hätte Ich weiß gar nicht, was es auch hart im Nehmen gab Oh, das ist auch hart im Nehmen So Okay, dann haben wir drei Dann haben wir drei von vier Gab es irgendwie? Nein Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen Weil es kann wieder jede Sekunde vorbei sein Okay, dann mal gucken, wer die Luke früher findet Alter, die liegen nur überall ungestoßene Paletten Oh, ist er da? Da hinten oder hat sich jetzt da hinten irgendein Fehler gemacht? Oh, ja, dann war es das Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020